Die Werkzeuge werden gewartet, geschliffen, sodass die Produktion nachher einsatzfrei wird. Man muss das Eisen, also das Erhitzen, um dann umformen zu können. Ich bin Eduard Grestel und arbeite seit 24 Jahren bei der Firma Abus als Werkzeugmacher. Die Werkzeuge sind in der Firma Abus als Werkzeugmacher. Die Werkzeuge werden gewartet, aber die Werkzeuge sind in der Firma Abus als Werkzeugmacher.